Die Höhe eines Tagessatzes betreffend Die Höhe eines Tagessatzes betreffend 30 Euro. Die Geldstrafe insgesamt mit den 600 Euro. An die Stelle einer unanbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Einem Tagessatz entspricht Eintag Freiheitsstrafe. Ich finde 600 Euro sehr viel und möchte in diesem Video darstellen, wie es überhaupt zu diesem Strafbefehl kommen konnte. Am 14. August passierte ein Verkehrsunfall in Reihersteg Nord. Ich kam zufällig Minuten später an der Unfallstelle vorbei, wo eine ältere Dame aus Wilhelmsburg, die ich persönlich kannte, von einem LKW erfasst worden war. Da ich meine Kamera dabei hatte, fotografierte und filmte ich. Einem Mann, der sich als Ersthelfer bezeichnete, gefiel das nicht. Ich filmte trotzdem weiter. Schließlich behinderte ich niemanden. Ich schrieb einen Text, versah ihn mit zwei Bildern und postete beides noch am selben Tag auf meiner Blogseite. Dann machte ich mich daran, aus dem Videomaterial einen Film zusammenzustellen. Das bedeutete eine Menge Arbeit, da bei dem Material eine Menge zu verpixeln war, unkenntlich zu machen war. Den Film veröffentlichte ich kurz darauf bei YouTube, auf dem Kanal des Wilhelmsburger Kunstbüro und auf meiner Blogseite. Ich beging einen Fehler beim Bearbeiten des Materials, wie mir jedoch erst anderthalb Monate später klar wurde durch eine Vernehmung beim LKA, Landeskriminalamt Hamburg 181. Die Polizei ermittelte gegen mich wegen Verbreitung öffentlicher Zuschaustellung von Bildnissen gemäß § 33 in Verbindung mit § 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Genaueres erfuhr ich am 07.10. bei der Vernehmung. Im Folgenden zeige ich den von mir inzwischen selbst zensierten Film, der rund viereinhalb Monate als Original unzensiert im Netz war. Am Ton wurde nichts verändert, aber ich habe den Ersthelfer, dem mein Filme nicht passte, zusätzlich zum bereits geschehenen noch weiter retuschiert. Wilhelmsburg, ein Verkehrsunfall. Eine ältere Dame wurde von einem LKW erfasst. Ich kam Minuten später an der Unfallstelle vorbei und filmte, weil ich ganz allgemein als freier Journalist arbeite und speziell für Reierstieg TV. Entgegen anderslautenden Gerüchten ist Fotografieren und Filmen auf öffentlichen Plätzen auch an Straßen generell erlaubt, auch für Nicht-Profis. Voraussetzung, Rettungsarbeiten werden nicht behindert, bzw. es liegt kein generelles Fotografier- und Filmverbot vor. Die Veröffentlichung von Bildern und Filmen unterliegt besonderen Bestimmungen. Die wichtigsten, Unfallopfer genießen eine besondere Fürsorgepflicht, das heißt sie sind unkenntlich zu machen. Ansonsten gelten ähnliche bzw. gleiche Bestimmungen wie bei Events, z.B. Sportveranstaltungen, Konzerten und Ähnlichem im öffentlichen Raum. Hier besonders zu beachten, Regeln für die Veröffentlichung von Kinderbildern. Normalerweise sind Konterfeis von Kindern, falls nicht eine spezielle Erlaubnis vorliegt, unkenntlich zu machen. Entgegen anderslautenden Gerüchten muss im öffentlichen Raum der Fotografierende oder Filmende nicht jede anwesende Person um Erlaubnis bitten. Bei der Publikation jedoch sind, wie angedeutet, bestimmte Regeln zu beachten. Entscheidend ist unter anderem auch, wie viele Personen auf einem Bild zu sehen sind. Eine wichtige Information möchte ich Ihnen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, noch geben, damit Sie die Strafanzeige und die Höhe der Strafe verstehen können. Ich schickte das Original, das unzensierte Original des Films, an fast sämtliche Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren Hamburgs. So etwas Ähnliches hatte ich schon mal gemacht, als ich einen Brand filmte, die Löscharbeiten. Es hatte positive Resonanz gehabt, mein Filmchen. Und ich dachte mir, bei diesem Film geht es ja um ein Problem. Und das Problem ist doch interessant. Schickst du das mal an die Hamburger Feuerwehren. Das Ergebnis war sehr überraschend. Ich bekam also, äh, ja, Mails, die ich gar nicht verstand. Also, äh, und später beim Verhör, beziehungsweise dem Gespräch mit dem Kripobeamten wegen der Strafanzeige, verstand ich dann erst, wieso ich so im ersten Moment seltsame Mails bekommen hatte. Der Ersthelfer, der nicht wollte, dass ich filmte, war gleichzeitig auch Freiwilliger oder Feuerwehrmann. So, und dann hat er natürlich mitbekommen, dass ich den Film überall gepostet habe, bei Feuerwehren. Hat er als Provokation gegen sich aufgefasst, vermute ich, und hat sich mit der Feuerwehrleitung in Verbindung gesetzt, beziehungsweise die mit ihm, und dann wird es auch noch weitergegangen sein, vermute ich, dass also die Feuerwehr sich dafür eingesetzt hat, dass der Herr Samson eine richtig empfindliche Strafe bekommt. So verstehe ich das Urteil. Also, ohne es zu wissen, habe ich einen Mann, sozusagen Tüdelchen, geoutet, bei der Hamburger Institution Feuerwehr, und das war ein Feuerwehrmann, und, äh, tja, das wusste ich nicht. Soll keine Ausrede sein. Äh, mein Kommentar insgesamt zum Urteil, hier wird mit Kanonen auf ein Spätzchen geschossen, nämlich mich. Das Urteil ist für mich ein klarer Ausdruck, dass sich die Staatsanwaltschaft hinter eine Hamburger Institution stellt und gegen einen freien Journalisten und Blogger. Meine Stimme hat kein Gewicht. Ich werde hier richtig eingeschüchtert. Darum geht es auch. Ein Einzelner soll eingeschüchtert werden. Dabei hat er nichts Verbotenes getan, außer er hat Fehler beim Retuschieren gemacht. Denn in der Öffentlichkeit zu filmen, auch bei Verkehrsunfällen, ist nach wie vor nicht verboten. Ein Verbot kann ein Polizist aussprechen. Ein Polizist kann mir sagen, macht sie die Kamera aus. So, das zählt dann auch. Ist aber nicht passiert. Es war der Ersthelfer, der sagte, ich soll nicht filmen. Naja, so ist es jetzt passiert. Und ich hoffe für die Zukunft, dass irgendwann der Tag kommt, wo auch so ein popeliger kleiner Blogger wie ich ernst genommen wird und nicht eingeschüchtert wird. Denn ich will nichts Böses mit meinem Film erreichen. Weder wollte ich diesen Ersthelfer provozieren, der hat mich umgekehrt provoziert, noch wollte ich die Feuerwehr irgendwie in Verruf bringen. Ja, soweit. Ich hoffe, meine Informationen sind einigermaßen verständlich rübergekommen. Denn das möchte ich doch erreichen, dass hinterfragt werden kann und verstanden werden kann, wie so ein, meines Erachtens, völlig überzogenes Urteil zustande kommt. Gut, ich habe übrigens keine Berufung eingelegt oder Widerspruch eingelegt, weil ich befürchtete, dass bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht die Strafe noch höher wird, indem ich nämlich dann auch noch zusätzlich die Kosten für die ganze Veranstaltung zu tragen habe. Das kann dann gut und gerne eine vierstellige Summe werden. Gut, soweit. Gut, soweit.